Hallo und herzlich willkommen hier bei TTT Heute wieder mit ganz vielen lustigen Leuten Und jetzt hat jemand geschossen schon? Unter anderem mit dem Mr. Anwar Anwar hat jemand umgebracht? Ja, das war ja klar, Anwar war wieder Traitor Ich? Hast du grad geschoppt? Nee, ich bin grad in die... Ist er auch klein oder wie kommt man hier hin weg? Ich bin grad in die Gosse gefallen Ich mach das ja nur kaputt Das geht doch nicht kaputt, oder? Was macht ihr? Ich suche jetzt alle Räume, was ist das denn? Das ist mal lustig Nein! 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 Ja, jemand kriegt Schaden Ja, freilich doch, aber du... Ah, ich komm hier nicht raus! Priebus! Schaffste! Ich komm nicht raus! Boom, das Boot kommt hier! Das Boot! Das Boot! Das Boot! Warte, warum komm ich denn hier nicht? Oh, Alter! Geil! Der letzte ist davon im Raum Ah, aber man füllt sich wieder auf! Ich mag diese Map! Oh, ich soll eben den Ton ausmachen Das Leben füllt sich wieder auf Ja! Oh, du stehst neben mir! Seit wann? Äh... Du müsstest warten Nein, aber ich hab nicht gemerkt, dass du neben mir stehst Das verbieten sie gerade So... Dim, 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 dim... Dim, dim, dim... Wieso liegen hier zwei Innocent-Leichen? Äh, dann ist es Echse Oh ja, Echse Fuck, das sind viele Klepfe, ich geh davon weg Und Kich, Kich, Kich könnte es doch sein Ja Weil der hier schreit das hier aussieht Ja kom Thyra Kochen wir da auch endlich mal an naa, wenn dieses Mal weiter online kommen Acha, wo müssen die Holzen? Und was ist drauf? Ja, es ist Avic allん Von Null Doch, nicht so ... Leip! Bist du gerade in diesem komischen Raum? Aufzug oder so? Wer? Äh, auch noch hier. Naja. Guck mal, diese Scheibe hier ist kaputt. Nee, erf' mich. Wird irgendwie nicht. Wo bist denn du? Ich hab zu viele Reibungen. Wo bist du? Keine Ahnung. Hä? Lebt jetzt neben dieser Traitor nur noch, oder was? Nein. Alter, er schließt mich ein. Nein! Nein! Das erste Mal war nämlich Goom, was gerufen wurde. Was der Traitor ist. Wieso hat sie da reingekommen? Gibt's so meinen Knopf? Da oben war Luke aufliegen. Hier gibt's irgendwie ganz viele Knöpfe und Türen und so. Ja, übel. Ich mag die Map. Ja, an sich ist die Map, glaub ich, ziemlich klein, also, aber da ist halt so extrem viel. Ich bin in der Gummizelle. Juhu! 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 Ey, du bist mein Baby. Ja! Ich wollt grad sagen, du willst ihn sehen, ne? Bei Wanwa. Hä? Ach, hier. Alter Schwede. Da oben bist du dunkel. Da sieht man gar nichts. Ja, ja. Es gibt einen so einen schwarzen Raum. So einen richtigen Baumwollraum. Ja. Der ist... Hauche. Baumwoll. Oh, aber manchmal. Oh... Mach mal... Loll! Was ist jetzt? Was ist das denn? Alter! Hört ihr das? Wer hat den Ofens? Der hat den Erzähler angeschaut? Der macht sich den Letz-Claim. Ach, Scheisse! Ich wohl vergiftet! Alle sind vergiftet. Ja, das liegt an dem Wasser. Ne! hier ist kein Wasser, ich schießt einfach! Allein da kommt nur 10-20 FPS, warum? Irgendwie tut bei mir das Problem mit, du bist zusammenkrachen. Ja, das Spiel... Zurück, so, wieder abgekackt. Ich hab da so ein Map. Ich hab Gift Schaden bekommen. Ja, wenn du ins Wasser gehst, ist es eher ungesund. Ich war ja nicht im Wasser, das hat mich eben gewundert. Guck mal, ne Banane! Boah, jetzt ne Banane! Boah, jetzt ne Banane! Boom ist es! Andi, du hast gesehen, ich war's nicht! Es war Goom! Ja, ich weiß! Ich hab Goom weggemacht und ich bin halb tot. Der ist explodiert, ja, das... Das ist egal! Ja, ich hab 3 HP. Wo bist du? Warte, warte, wo bist du? Hier unten, der liegt... Kann ich mal jemanden abholen? Ja, ich komme! Ich komme hier nicht, weg! BATLIP! Weg hier! Okay... Ähm... Wer hat sich jetzt gar selbst umgehepelt? Also, ich kann hier nicht weg! Ich dachte, ich würde euch alle gleich geschützt, weil ihr alle... Boah, das ist was aber nur so wenig, man macht aber ja, siehst du halt gar nichts, wenn du drin bist. Ja, klar! Hier sind viel zu viele Props drin, das nervt voll! Ja... Ich hab auch ne Klopfe! Ich will da auch eine! Wobei, es gibt noch ne Karte TTT-Prop-Kill-Arena, die wollte ich auch mal testen. Aber die Props sind echt viel, viel! Alter! Bei mir tut's grad übelst rumlecken! Hmm... Das glaube ich nicht! Ach, hier ist das Wasser! Wow! Alter! Kann ich hier nicht... Ach, Leute! Oh, dein Eno! Äh... Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los hier heute? Groom hat mich getroffen! Wow! Groom ist trauter! Geht'n hier ab! Boom, das löst mich voll! Wir werden das Floß nicht! Hallo, der war Trader! Äh... Inno-Sans! Er war Inno! Mann-Hacks! Scheiße, Mann-Hacks! Wir sind Mann-Hacks! Mann-Hacks! Das sind so Dinger, die verfolgen... Die Fiche sind... Tödlich! Genau, die verfolgen aber nur Innos! Cool! Johanny! Aufpassen! Sie kommen! Sie kommen! Ich boxe sie tot! Ah! Fuck! Ich hab meinen Mann-Hack-Tot-Box! Wie lebst du noch? Ich hab ne Schrotze! Egal! Ey, Alter! Funktioniert das Dinger für immer? Ah, da drin ist ein Schalt-Element! Ich glaub, der Nete ist grad gestrommen durch die Mann-Hacks! Ah, Scheiße! Nee, hier ist Groom! Hier ist Groom! Reiße! Na na na! Fahr auf dem Boot! Ich bin ein Flugdinger! Hallee! Das sind Mann-Hacks! Das sind Teile, die verfolgen nur Innos! Wo bin ich? Die Dinger verfolgen nur Innos! Und mich haben... Die haben sie Schaden gemacht! Also ich bin deswegen Proof! Ich will da lang! Ja! Ja! Dann bist du Trader! Nee! Doch! Wer ist denn das? Ach, Excel ist das! Du, da hängt die noch! Ja, Excel du willst ja Proven, ne? Ey, ich bin Proven! Die haben ja 15 Schaden gemacht! Alter! Ja! Äh, meine kurze Frage! Scheiße! Hier kommt wieder Mann-Hacks, oder? Da hab ich getrunken! Bei Windows 8 kann man per... Oh! Oh my god! Ja, was kann man bei Windows 8? Oh! Man kann auch per Tab dann irgendwie die Tabs ändern und so... Keine Ahnung! Ne, ich glaube nicht! Doch, bei mir geht es dann und ich krieg's nicht mehr weg! Alter! Wie schlimm ist das hier mit den Props? Hier kommst du nicht hin! Oh! Fuck! Was ist das denn? Grievous? Hier, rennt irgendwie mit meiner Leiche rum! Hm, ich weiße wo! Nicht vergessen, Ouna ist wahrscheinlich Traitor! Wer? Deswegen! Oh, Exakt! War wirklich nicht Grievous, ist das? Ich glaube, dass du es bist! Der geht weg von mir! Ja, ich bin... Ne, ich bin... Ich wurde vom Männchen angegriffen! Ach... Ja, ja, ich bin hier nur runtergekommen! Ich bin hier nur runtergekommen! Ich bin hier nur runtergekommen! Hallo, wie du bist? Alter! Ui! 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 Ich bin komplett... Ich bin unsicht... Ui! Scheiße! Idiot! Anni macht keinen Scheiß! Ne, ne! Du hast Warnung getötet! Also theoretisch würde ich dich jetzt dafür töten, weil... Ich das machen will, aber ansonsten... Warte mal! Warte mal! Warni ist noch am Leben! Wer ist gerade raus? Alter! Wo ist denn der jetzt hin? Bleib jetzt mal hier, ne? Johanni? Kann es sein, dass Warni tot ist? Weiß es nicht! Wer lebt denn noch? Exelit verfängt mal noch, glaube ich! Ah! 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 Pfff! Leute! Was war das denn? Anni ist gestorben! Wie ist Anni gestorben? Bist du nirgst völlig? Bist du Junge? Bist der gut? Bist der gut? Bist nix? Da ist's! Da ist's! Da oben sitzt da der Camper! Vielleicht sind ja vier Man-Hacks auf einmal draufgegangen oder so! Aber ich hab neun neun Schweden gehabt! Ah! Die Man-Hacks sind echt gut! Hier auf der Karte, glaube ich! Ja! Die machen, glaube ich, 16 Schaden oder so pro Hit! Ne, das Ding ist einfach, du kannst auf dieser Karte an extrem vielen Positionen Man-Hacks halt, äh, unbemerkt loswerfen! Ja! Echt? Ja! Ich hab keine gesehen davon! Hm! Hä! Du hast doch sogar noch gesagt, mir keinen Schaden gemacht! Ja! Ich wusste nicht, dass ich einen Schaden machen soll! Alter! Ich hab 10 Frames! Ja! Du hast dich ja verraten! Ich weiß! Ich hab 110 Frames! Also! Jetzt hab ich 60! Jetzt hab ich 60! Oh! Alter! Das Spiel verwirrt mich! Oh! Oh! Na schieß den Mann! Ja! Der hat zwei Leute erledigt! Bei diesem blauen Büro, glaube ich! Oder im Hauptraum! Wo ist denn das? Ich... Kann's nicht genau sagen! Ich identifiziere jetzt mal die Leichen hier! Oh! In der Luft! Fuck! Äh! Hä? Ich hab doch zwei Leichen identifiziert! Ach, so! Gumm wird ja nie als tot angezeigt! Menex! Oh! Alter! Irgendjemand hat sich dieses Unsichtbarkeits-Macht-Ding! Alter! Du bist so ungesichtlich! Ähm! Ähm! Wer war das gerade? Ich kenn eure Stimme noch nicht! Wer war das gerade? Wer war das gerade? Andi hat's gesehen! Andi, ja! Okay! Ich fahre die überall, aber ich seh die nicht! Waaa! Was ist das? Was ist das? Alter, was ist das? Man Hex! Man Hex! Man Hex! Man Hex greift mich an! Kann man die zerstören eigentlich? Weiss ich gerade gar nicht! An... Ja ich hab erst irgendwie Andi gelesen und dann Eckste, an, an Eck. Wann war es Glatsch 3? Ja ich dacht mal alles. Oh jetzt bin ich bei mir öfter drin. Was? Ja eine Geheimtür stand in der Beschreibung, gibt es irgendwie. Da kommt schon eine Säure, die wär wieder abgeschmiert. Nee, noch nicht, noch nicht. Komm doch. Ey du perverse Sau, perverse Sau ey. So ein perverse Spannung. Johanni hat die Vermindung verloren. Das sind so die Vorzeichen davon. Nein, ich habe ihn getötet, ihn und den Dete während sie aufkavern. Achso. Dann bin ich abgehauen. Hä? Hä? Wieso? Alter, es ist schlimm hier richtig. Ja, ja. Ja, die, es geht in Neuron los. Das ist der Spannste, glaube ich will es suchen. Oh, von Fakta. Und keine Geheimtür. Alter, aber Manex sind auf der Map hier echt total ok. Oh ja. Ich hab grad so 16 FPS. Ja das geht mir auch manchmal so. Audi konstant. Ja, jetzt hab ich auch. Ja, ich hab wenigstens manchmal äh 30. Oh, ich hab damals Leben. Danke dafür. Oh, ich hab damals Leben. Danke dafür. Andi, warum schießt der auf mich? Jetzt ist da noch jemand, der sieht immer wie ein Spiegel aus. Er hat auf mich zuerst geschossen, Ohna. Ist mir egal. Andi, gestört man wieder die Dusche für sich, Wachser. Ja. Ihhh. 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 Ohja, gar nicht. Ach, Ohna. Ist hier. Oder hast du schon die Funktionsweise von diesem Fahrstuhl-Kennig verstanden? Ja. Ja? Ja. Darf ich da rein? Ah, man kann das kaputt machen. Oder auch nicht. Und tschüss. Hm. Das kann man auch kaputt machen. Hier kann man so viel kaputt machen. Ich weiß, was ist, Wanwar und Goom. Ach, Quatsch. Warum das denn jetzt? Weil wir die Einzige sind, die noch dieses Leben sind. Hä, das ist ne Lüge? Aber wenn ich halt... T11? Ja, wieso auf einmal so plötzlich? Das kann ja jeder sagen. Ich habe eher Wanwar im Verdacht, weil... Ja. Ja, siehst du. Hätte ich auch. Aber eigentlich bin ich es ja nicht. Es steht gerade Mr. Wanwar als Wort. Ja, deswegen. Ja, aber das heißt ja nichts. Ich habe ja nur einen Bulldozer gekauft. Also ich meine, ich hätte mir auch... halt von Caterpillar, ne? Brauchte ich halt für meine Baustelle. So einen Bulldozer. Gute auch so. Deswegen. Ich verstehe diese leeren Anschuldigung nicht. Ich wüsste nicht, warum das Server aufgibt. Ja. Ach, guck mal. Wir schlafen! Hey, wo war er denn? Bei diesem Gift-Ring. Jetzt haben wir den Man-Exit auf dem Map vermieden, weil die sind hier wirklich total okay in den kleinen Gang. Nein! Naja, ich... Ich frag einfach nur, ob wir da sind. Nee, ich frag einfach nur. War nur ein Vorschlag. War jetzt nicht so. Du musst das machen müssen. Exit, du perverse Sau. Mich einfach beim Duschen zu spüren. Ich finde... Andy, da sah wie ein Spiegel aus. Du sterb mich grad beim Scheißen, Andy. Da sah wie ein Spiegel aus und du hast ihn genauso bewegt wie ich. Und du hast ihn genauso bewegt wie ich. Und du hast ihn genauso bewegt wie ich. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja gar kein Spiegel. Alter. Da bist du in Ruhe duschen und dann kommt so ein Typ an. Das Witzige war, direkt als ich dann da drin war, dann habe ich mich umgedreht und dann ist Ola wiedergekommen. Da sahst du wieder mit einem Spiegel aus. Ja, das tut mir leid. Ich dachte gerade, dass du ihn einfach so schaust. Und auf den erhör ich nicht. Schau mal, wer das Floß aktiviert. Ja, ich bin ja auch eine Chance für Erdbeer auf mich. Wollte ich auch schon mal wissen. Nein. Du bist Dete. Hey. Ob das wir machen können. Was denn? Ob du es denn machen kannst? Oh na. Ob wer das Floß aktivieren kann. Ich weiß nicht. Ich schicke dich auch. Aber ich hab keine Werte. Kann man hier hoch? Oh, Alter. Hier sind... Doch, hier kann man nicht. Alter, hier sind so eine Milliarde Türen, ne? Ne. Das ist das Haus der... Wer hat getrunken? Irgendjemand hat getrunken. Ich glaub Ex hat getrunken. Ich hab nicht getrunken. Ne, ich steh direkt unter dir. Das hättest du lauter gehört. Das ist Ola. Wie ist es bei mir? Hat der Ola getrunken? Ich glaube er hat getrunken. Nein, ich hab's dir als erstes gesagt. Weil er ist neben mir gestanden. Der Ex hat dacht... Ich hab aber Ola auch gesehen. Also der hat wirklich nicht getrunken. Ey, nicht schlagen. da raus. Scheißen. Ungesund. Achso er ist aber beim Klingrufer geflogen. Da bin ich ja auch so geflogen. Was ist das für eine billige Studie? Scheißen ist ungesund. Aber hat die diese Studie angeheftet, alter. Oh na. Jetzt tut ihr hier. Aber ich kann es gut mit B-Hex-Fek-M. Anni was wir? Ja, das wird jetzt herzliche. Warte ein bisschen höher. Böse. Okay, ich gehe. Lassen. Du lässt mich alleine scheißen? Ja, ich lasse mich alleine abscheißen. Na gut. Da schießt jemand. Da schießt wer. Ich kann die Zeit erhalten. Für ein Zeitmagier. Hast du dann auch den Vorber gehört? Ja, da ist was explodiert da. Du hast getrunken, Echse. Nein! Hab ich wirklich nicht. Grievous ist es. Grievous ist es. Wer ist es? Was? Hm? Wieso? Was hast du für eine Waffe Grievous diesmal? Sorry. Okay, Grievous. Warte mal. Andi muss sein, Andi. Oh na. Was? Alter, ich... Ich hab extra Warnball hier erschossen und dann werde ich auch noch hier... Versteh die Welt gerade nicht, na. Ich geh raus. Hab keine Lust mehr. War da einer? Nee. Ah, Gilles. Ah, Gilles. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah... Das war Onas Waffe, wenn ich gehört hab. Ich war ja gar nicht bei ihm. Ganz im Ernst. Ich hab... Ich hab niemanden erschossen. Kuhn, du hast mich nicht noch schossen. Ich hab aber die HK416, hab ich gehört. Genau! Ich hab die HK nicht. Ich hab die HK nicht. Ich hab die HK nicht. Du hast die HK gehabt. Ja, ich hab die HK nicht. Bann, man hat blöd beim Scheißen getroffen. Ja, ich hab mich richtig leise aufgeregt. Ich geb zu, das ist richtig gut gewesen, aber... Scheiße. Ich hab manchmal nicht erschossen, wie ich gesagt hab. Ja. Ich bin echt in die Luft gegangen dabei. Ja, du musst ja auch nicht so viel Gase produzieren beim Kacken hier. Ich hab einfach das... Ich hab einfach das... Ja, ich stand hier mit Pairwing in der Ecke. Ich hab ne Slam, der hat auch scheiße draussen. What the fuck? Ich geh jetzt. Oh... Eieieieiei... Dieser Raum kommt mir echt so komisch vor. Ist so krass. Wann war, wie lang nehmen wir auf? Das weiß ich auch nicht genau. Wann war? Ja? Was hast du da gemacht? Wann war geschoppt? Ich hab nicht... Du weißt, dass ich nicht so schoppe. Lass mich alleine. Du standst rum, wann war. Ja, ich hab... Oh, der Obe ist doch jetzt nicht den Toner. nein das ist nur ohne ja 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 das ist ein plasma keine sonne wenn du die jetzt wirfst ich erschieße dich ja jetzt ich hatte das ist das gerade noch nicht soll die werfen verwirrt mich ist das nicht gesagt ich hab sie ja nicht geworfen ich dachte das gibt schaden ich dachte das gibt schaden ok wann war sie denn gestorben lol was war das denn ich hab mich als practice geist und ist einer reingekommen bin auf einmal gestorben wie auch immer ich habe gar nichts gemacht ich bin einfach nur in diesen raum du hast der kollege gekillt weil du ihn reingelaufen bist glaube ich ach als wenn was ist denn jetzt scheint es aber zu laufen ich habe gar nichts getan doch hast du hast die grafik ja das ist ja das was ich dir gemacht hast gut ist ja stimmt ach das hat er jetzt gemacht hm das ist sonderbar aber dass er es jetzt schon gemacht hat aber Snail ist auch noch drauf aber ich denke mal bevor Snail drauf gekommen ist gab es aber auch schon das Problem vielleicht hat Snail mich ja geddosed einmal wer ist ddosed eindeutig jetzt habe ich aber gewidt mps drop ja ich auch also mein spiel funktioniert noch ich hatte gerade 16 mps um das so zu sagen was auch äh johanni was war das wann war hallo oh shit ich war nicht oh war eine anbombe äh was ich war nicht es ist mit mir der erschreit auf einmal los einer ist gestorben daran die ist hier direkt neben mir hoch gegangen wo ist das ich hab's gesehen ich hab den raum und noch einer johanni auch oh fuck hallo ey Ona du warst hier ganz in der Nähe und boom boom oh fuck der snack der snack über zwei wer ist ja hab ihn warte mal aber hallo oh fuck hehehe 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 Das war witzig aus. Du die Decke, Fisch. Das war genial. Eine Frage, wie platziert man diese Minen? Ich schaff das nie. Die Slam, die Slam hast du doch früher auch mal genutzt, sauer. Ja, aber ich kann sie irgendwie nicht platzieren, warum auch immer. Du musst mehrmals drücken. Glühest du, Rater, Glühest du, Rater. Alter, dieser schwarze Raum, ne? Huch, das wissen wir, Koffern ist mittel aus. Du kannst, wenn du dich umdrehst. Ja, der hat... Alter, das hab ich ja noch nie gesehen. Du kannst die Tür hinten aufließen. Ey, wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn, eine abgesägte? Was? Oh, ne, oder? Anni, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, ich glaub, da hab ich doch so gestorben. Ja, du hast einfach ein Boot runtergeholt. Ja, was ist das, was der sonst noch runterholt? So, hört ihr das? Ach, wann war... Meine Banane! Schieb sie dir tief in den Halsfall. Ist dir voll das geile Fest. Banane! Richtig geil, ne? Ja, wow, hast du gerade geschossen? Ich hab nichts, äh, Sord auf, das hätt sich anders an. Hallo Andi. Hey, geh weg. Hallo, Alter. Hallo, da oben, da oben, schießt ihr noch. Hallo, ich weiß nicht, dass ich reingekommen bin, ich bin jetzt drin gespawnt, boom. BTF. Ich bin jetzt drin gespawnt, ey, das ist voll witzig. Das freut mich für dich. Ist dieser AS voll gut? Revis? Naja, ja, ich glaube, die ist nicht. Die schießt ein bisschen langsam, ist das Problem. Johanny dreht durch. Ich bin zwischendurch. Nein, das ist gar nicht Johanny gewesen. Zwischendurch. So was ähnliches. Alter, hier liegen so viele Sachen rum, ne? Das ist einfach, das ist eine Katastrophe. Johanny, Johanny. Nein, warum ich? Ich habe auf eine Fenster schade geschaffen, heute Kopf. Johanny ist echt, hab ihn. Aber kann ich nicht konformen, ich habe ihn aus der DIP. Wann war? Wann war? Ja. Ich habe gar nichts. Ja, Peter. Getan. Ich auch nicht. Das könnte ich machen. Andi! Nein. Wie geht's dir? Besser, wenn du weg bist. Ja? 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 Gut. Wieso? Was glaubst du denn, welche Rolle ich habe in diesem Spiel? Äh, die der Domina. Ah, das ist richtig. Das glaubst du auch nicht. Es ist eine Rolle. Es ist nichts Reales für ihn. Ja. Mist. Das ist... Mist. Geht das nicht kaputt? Kann er nicht was? Nein. Ich will dich doch nur umarmen. Mit dir will ich keine Umarmung. Doch. Ja, nein. Also, du lutscht da okay ein Lebra-Kranken ab, also. Warum soll ich denn umarmen von dir wollen? Alles. Andere macht das. Ist so, als ob dir der unglaubliche Hulk grüße geben will. Ach, da hinten. Wenn der dann noch ist. Oh, jetzt ist hier irgendwo ein Feuermelder angegangen. Man, hast du wieder gekocht, Mann, doch? Ich koche vor Wut. Weißt du? Ne, vor Leidenschaft. Oder hast du angefangen zu denken, dass du die 500 Knochen, die du zusätzlich hast, hier gerade ein bisschen Reibung erzeugen? Geh mal kurz weg. Ich, äh, ich, äh. Ach, Mann, wann war heute was Neues? Was hat er denn? Ich wollte gerade Handi anrufen. IG-Hard. Wow, was ist denn das für ne? IG-Hard. Was ist denn so IG-Hard, Alter? Das ist so geil. Dasselbe wie ne normale G-Hard, nur, dass du ein Handy ihn anstattest. Oh, ist das der nicht. Ex-Hair, wann hast du mich getötet? Geht's nicht in Ordnung? Weil der Detective berufen hat, dass du es bist. Der Detective hat sich auf dem Holzkorb. Hä, wie ist das? Ich war noch nicht Detective. Ich wollte gerade sagen, Ex-Hard-Wortkorb war nicht Detective. Warst du nicht Detective? Nein. Ich habe nur gesehen, dass Johann die, äh, wann war durch die Glasscheibe angeschossen hat. Echt? Ich hab, die Glasscheibe kann man nicht beschießen. Doch, kann man. Nein, kann man nicht. Doch, kann man. So, war alles zu zeigen. Und der ist dann runtergefahren. Das war so geil. Oh, ich sitze, Alter. Aber wie ich, warte, 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 warte. Warst du wirklich am Shoppen an der Stelle, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, ich bin dritte. Ja, ich hätte dich sofort wegflanzten. Ja, ich hab nicht damit gerechnet, dass ich mich... Ach, du Scheiße. Guck, Anni, Anni guckst du? Na? Oh. Ja, die sind weg. Na? Oh, geh mal weg. Hast du dich wieder angeschossen? Das ist der Ex-Hard-Wort. Hast du mich jetzt angeschossen? Ja. Hey, schieß dich schon wieder an. Hey, schieß dich. Da drin wurden schossen. Wer hat geschossen? Bestagum, Hanni hat mich angeschossen. Ach, der hat dich angeschossen. Ja, hab ich so gemacht. Ja, einfach so. Ja, ich... Ja, Spasti. Ja, ja, aber... Ach, ich häng fest. Das gibt's nicht. Hanni ist wieder in seiner Dusche, oder was? Nein. Wie ist denn? Geh, nur weg, Hanni! Achso, das war der Ex-Hard-Wort. Das war auch nicht Gumm. Das war ich nicht, Gumm. Ich wollte gar nichts tun. Das war Hanni. Hallo. Geh nicht mal in die Dusche, da werde ich wieder von irgendwelchen Passen. Wann warst du überrascht? Gumm! Nein, die hat... Hallo, Gumm! Ganz ehrlich, wenn er wenigstens, wenn er wenigstens schockt... Wann war? Ich hab nichts gemacht, ich bin einfach nur noch reingegangen. Achso, hallo, 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 Hanni! Wie so ein Sterbenschrei. Ne, ich hab einfach nur Gumm als, ähm... Mann war, schießt du wieder deine Dusche? Ähm... Damit schieß doch, Wann war. Da schießt jemand nicht vor. Moment, ich suchste. Wann war? Hast du das auch noch umgebracht? Ähm, Magnum. Fuck. Habt ihr rausgenommen? Hat er, dass ihr goldene Diegel rausgenommen habt? Äh... Ne, die müssen wir schauen. Weiß ich nicht. Scheiße. Keine Ahnung. Wo ist die Wand drauf dran? Oh, ah nee, ist es! Was, klar. Ich will... Ne, ich will die goldene Diegel haben, aber der hat auf mich geschossen. Der wollte mich eh umringen. Oh, scheiße! Also, wo bin ich jetzt gelandet? Ich war immer noch am Leben, dass ich mich noch töten kann. Oh, schade. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Was? Nicht euer Ernst. Witzig. Kann mir jemand sagen, wer noch lebt, oder? Hm, will keiner was sagen. Ne, kann ich dir nicht sagen. Ja, scheiße. Oh, guck mal an. Er hat sicher einen Radar, der Wichser. Nein. Überhaupt nicht, weil ich denn hier... Ah, Exe, der Idiot. Hat sich auch umringen lassen. Ah, scheiße. Ah, da geht's runter. Genial. Ich bin tot, weil ich nicht weiss, wie ich rauskomme. Ich lebe. Ich wollte jetzt nicht hören. Ich wollte jetzt nicht hören. Ah. Ja. Ich hab sogar noch Grievous gerufen. Und ich hab einen Traitor getötet, ja, Herr Detektiv. Sorry. RTV? Ja, ja. Können wir jetzt machen. Also das wird jetzt die letzte Runde. Ja. Ja, ich hab extra noch einen Traitor getötet für dich und du bringst mich einfach um. Ja, ich bin dumm und reif. Er soll confirm am besten immer. Ja, ne, ich hab ihn ja eigentlich getötet, weil ich wusste, dass er mich umbringen wollte, weil ich ihn ja ein bisschen angeschossen hatte. Ja, ich mein jetzt ehrlich. So hast du mich überhaupt angeschossen. Weil du unbedingt zeigen wolltest, dass man das darschießen kann. Ja. Ich wollte hier nur bei deiner praktischen... Da war aber kein Glas mehr, weil die Tür offen war. Ja, ich hab, ich hatte gedacht, das wäre so gut geputzt gewesen. Ach, Greenwell. Jetzt hast du mich verarschen. Dein halt nicht Greenwell. Ich erlöse dich Greenwell. Und ich lauf in der Dusche und die dusche ich mein Freund. Oha. Wisst du das, Andi? Was hab ich nicht getan? Aua! Andi ist es. Nein, das ist meine Masche. Ne. Meine Dusche. Und ich bin in meiner Dusche, denn die Dusche ist mein Freund. Alter, bück dich mal für die Seife. Wieso sind jetzt eigentlich schon zwei Leute tot? Nein, das war vor allem Urlaub. Was? Wieso? Au. Warte, was? Ich weiß nicht, ich hab die einfach so auf dem Dach ge... Exakt. Erwin nutzt den Aufzug, ich möchte mit dem Aufzug fahren. Ja, das will ich auch die ganze Zeit. Wann war? Ja. Wieso sind zwei Leute tot? Wann war, ne? Wann war, ne? Office, Office-Bilägen kennst du, ne? Wann war, ne? Aufzugestecken oder so? Nein, oder? Grievous. Weißt du? Ich richte mich jetzt einfach nach der Zeit. Ich richte mich jetzt einfach nach der Zeit. Fudru. Und ich schlade die Dusche, denn die Dusche ist mein Freund. Willst du mir wirklich nicht sagen, Grievous, dass du... Shit. Echt ein bisschen, ähm... Echt? 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 Oh na, der Fasch ist belegt. Was? Ah, ich würd's nicht, das funktioniert nicht. Ich denke, es wird nicht funktionieren. Ne, da steckt es uns für den Arsch drin, ne? Das wird mein Ace. Leck dich am Arsch. Ah, ja. Ne? Oh, na komm doch mal aufs Dach. Du hast auf jeden Fall die spannende Perspektive. Ohohoh. Kompost. Nein! Oh scheiße! Komm her, komm her! Nimm! Jetzt! Mach! Adi, du würdest die Gemeinschaft! Riebus! Ja, was soll ich denn tun? Waffe! Oh nein! Puh! Oh ja! Weil du so getestet hast eigentlich mich erschossen. Keine Ahnung, was war jemand? Ich bin Tete und ich teleportier mich vor Grievous weg und er gibt mir einen Hatsch und er an dem wegteleportieren. Ja, ich hab auch Goom und Johanni erschossen einfach weil ich konnte. Haha, aber das war so gut, ja. Ich teleportier mich weg, ich war bei mir schon wegteleportiert. es ist und ich habe mich weckte wurde plötzlich wieder aufgeweckt das ist die letzte Runde und trotzdem auf die Fresse auf die Fresse tschüss